Yes, es ist von der Herzen Willkommen wieder auf meinem Kanal Simon's Crash Band. Freunde, im Spiel Bielefeld gegen Bayern München hat Fabian Kunze sich verletzt. Muss man dazu sagen, Schockmoment natürlich für alle Fans etc. Wir hoffen natürlich auf diesem Wege, dass es uns soweit gut geht. Hier seht ihr jetzt nochmal ein Foto, was da genau passiert ist. Und dann schauen wir mal, dass er eine gute Besserung hat. Bayern natürlich führt mit ihren Punkten her, deswegen diesen Kanal natürlich abonnieren, dass du alle Infos natürlich auch zu Fußball bekommst. Die Glocke betätigen, dass du immer gleich als erstes alle Infos bekommst. Wir schauen mal, wie das Spiel ausgeht und wünschen natürlich an dieser Stelle nochmal bessere Genesung, gute Genesung und alles Gute auf diesem Wege. Bis dahin, alles Gute.